Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat und zur 17. iOS 17 ist da, jawohl. Gestern wurde das ganze vorgestellt und man konnte sich die Beta 1 runterladen, also die Developer Beta 1. 2,63 Gigabyte war das Update groß hier auf dem iPhone 11, speicherplatzmäßig 26,96 Gigabyte vor dem Update und hinterher hatte ich frei 26,22. Das heißt, wir haben ein bisschen was verloren. Okay, wir haben ein wenig Speicherplatz verloren, aber was gibt es alles Neues? Endlich hier, wir können mal richtig gucken, was es alles so Neues gibt. Es gibt ein neues Wallpaper. Dieses hier und zwar in der Variation natürlich hell und dunkel. Ich zeige es euch kurz. Einstellungen, Hintergrundbild und dann schauen wir uns das ganze mal an. Hier anpassen und alles bleibt schwarz. Da seht ihr das Beta. Deswegen heißt die Beta Beta, weil nicht alles funktioniert. Da gab es jetzt schon direkt einen Fehler. Also noch einmal versuchen. Hintergrundbild, anpassen und schwarz. Okay, dann dürft ihr es euch denken. Das geht dann eben im hellen Modus noch etwas heller. Und was schön ist, was mir immer persönlich gefällt, hier die Zahlen, die verschwinden hier so wunderbar ein bisschen hinter dem Wallpaper. Natürlich kann man die Widgets noch einrichten und 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 wie man das schon kennt. Dann gab es ja Updates zu den großen, sage ich mal, Standard Apps wie Messages. Ich öffne das mal und was ist denn da? Das sieht irgendwie komisch aus. Auch das war vorher nicht so verzerrter Smiley. Also wir haben dort eine neue, ich sage mal, eine neue Logik dahinter. Ihr seht, hier ist nur noch rein tippen und Text schreiben angesagt, aber keine weiteren Bestandteile, dass man hier irgendwelche Sticker oder sowas auswählen kann. Denn das gibt es jetzt alles hier auf dem Plus mit einer echt schönen Animation. Geht hier das ganze Menü auf, da könnt ihr die Kamera öffnen, Fotos, Sticker, Audio, Standort teilen oder auch auf mehr gehen. Und dann habt ihr hier noch andere Möglichkeiten, was ihr dort alles einfügen könnt. Finde ich, ist schön gelöst. Gefällt mir gut, übersichtlicher irgendwie als es vorher war. Und dann ganz groß beworben wurde hier Sticker. Ja, ihr könnt jetzt hier selbst Sticker generieren. Das ist cool. Schaut mal hier, ich habe hier einmal zum Beispiel hier meinen Sessel mit meinem Kater geholt. Wenn ich da mal draufgehe, dann kann ich den jetzt einfach hier irgendwie anpassen und plupp, ein Sticker. Nur ist er da drauf. Schön. Und er bewegt sich sogar noch ein bisschen, wenn ich drauf tippe. Das ist ja cool. So, oder auch noch mal hier, zweites Beispiel. Nochmal die Katze natürlich. Sticker draufhalten und flups draufgeklebt und abgestürzt. Ja, so läuft das hier. Beta, habe ich das schon erwähnt. Ja, obachten, nicht auf euer Standardgerät laden. Also ihr habt es im Prinzip gesehen. Halten, draufziehen, loslassen und dann wird der Sticker geklebt. Da ist er. Ja, und man kann eigene erstellen oder ihr könnt auch hier irgendwelche Emojis oder so holen. Ziehe ich mal rüber. Zack und als Sticker aufgeklebt. Zum Selbsterstellen geht man einmal hier auf Sticker, dann auf Plus und dann bekommt ihr Bilder angezeigt, Fotos angezeigt, die man zu Stickern umwandeln kann. Ich habe eigentlich noch viel mehr, aber mir wird hier nicht wirklich viel angezeigt irgendwie. Aber dann wählt ihr einfach hier das Bildchen aus. Als Beispiel mal das hier. Das ist ein Live-Foto, das bewegt sich so ein bisschen. Und dann sage ich einfach hier Sticker hinzufügen. Zack und dann habe ich hier unten den Sticker und kann auch, das ist cool, hier einen Effekt hinzufügen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das ist das Original. Dann kann ich so eine Outline machen, dass es aussieht, als wäre es wirklich so ein Aufkleberchen. Oder hier mehr Comic-Look, Puffy, was auch immer das genau bedeuten soll. Oder Shiny, dann haben wir hier so einen kleinen Leuchteffekt noch mit dabei. Ich nehme, mir gefällt das hier immer ganz gut, dass es aussieht wie ein echter. Ich mache mal Puffy, Puffy und dann machen wir mal einen Puffy-Aufkleber. Schön groß hier mitten rein. Das hat irgendwie nicht geklappt. So, noch mal Puffy groß mitten rein. Zack, da ist er, unser Puffy-Aufkleber. Also, das gibt es Neues hier in den Messages, die Aufkleberchen, die Sticker. Es gibt aber noch was cooles, nämlich, wenn euch jemand hier sowas schickt, eine Audionachricht, dann gibt es ja durchaus Momente, da kann man die gerade nicht so gut sich anschauen. Und genau dafür gibt es dann auch jetzt die Übersetzung. Das heißt, nicht Übersetzung, das Schriftliche. Also Apple liest oder euer iPhone liest die Audionachricht, die gekommen ist und gebt euch unten drunter den Text. Dann müsst ihr das nicht hören, sondern seht direkt, worum es geht. Ah ja, okay, und später anhören. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Auch neu ist in der Messages-App, dass man einfach hier auf einer Nachricht rüber streichen kann und dann kann man auf diese Antworten einfach nur durch das schnelle rüber swipen. Zack und antworten. Oder ich nehme die nächste. Zack und antworten. Also neues Bedienkonzept. Auch in der FaceTime-App gibt es was Neues, denn ihr könnt jetzt hier, wenn ja euer Anrufer nicht rangeht, einfach eine Nachricht hinterlassen. Ist dann quasi wie ein bildhaftes Anrufbeantworter-Textchen, eben nur mit Bild. Das finde ich nett. Und selbst in den Kontakten gibt es was Neues. Ihr könnt jetzt eine eigene Kontaktkarte für euch erstellen. Das ist eine coole Sache, denn finde ich auf jeden Fall, denn andere iPhone-User sehen dann genau das, was ihr euch hier erstellt, wenn ihr die anruft. Und ihr seht, ihr könnt hier verschiedenste Sachen auswählen, Memojis oder auch Fotos von euch oder Memoji erstellen. Und das wird dann eben angezeigt, wenn ihr einen anderen iPhone-User anruft oder eine Userin, muss man ja heutzutage sagen. Ihr könnt euren Namen einstellen. Ich wähle jetzt hier mal ein Bildchen aus, das irgendwie ganz ansprechend hoffentlich aussieht. Nehmen wir zum Beispiel genau das hier vom E-Scooter-Video. So, und da hätten wir es schon. Und da kann man noch verschiedene Filter drauflegen. Ja, einfach hier durchwichen. Und dann sieht man, wie sich das hier alles so gestalten lässt. Ja, der Filter ist gut. Dann kann man gleich auch noch hier beim Text ein bisschen was ändern. Natürlich den Font und die Breite und die Dicke. Hier mit dem Schieberegler könnt ihr das schön einstellen, wie dick das Ganze angezeigt werden soll. Natürlich kann man auch die Farben anpassen und und und. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, ranzoomen. Und dann habt ihr hier eure Kontaktkarte. Und genau diese Kontaktkarte seht ihr auch, wenn andere die erstellt haben, in eurem Telefonbuch, in eurem Kontaktebuch. Ich finde, das ist optisch eine schöne Aufwertung. Ja, kann man echt machen. Ein bisschen rumspielen und sich hier nett präsentieren dann für eure Kontakte. Sehr schöne Sache. Auch das muss ich echt sagen. Gefällt mir gut. Doch, fein. Die Telefon-App hat auch etwas dazugelernt. Und zwar, wenn euch jemand eine Voicemail hinterlässt. Ihr könnt den Anruf gerade nicht annehmen, nur drückt den mal so weg. Und dann spricht jemand auf eure Voicemail. Dann bekommt ihr hier eine Live-Transkription. Das heißt, ihr seht direkt, was da drauf gesprochen wird und könnt das lesen. Und wenn ihr dann seht, oh nee, das da ist doch wichtig, kann man auch schnell drangehen. Richtig cool. Finde ich auch super. Und in der Messages-App gibt es jetzt auch noch die Check-In-Funktion. Damit könnt ihr quasi euren Standort teilen mit jemandem. Direkt in der Messages-App. Und der bekommt dann einen Hinweis, wenn ihr am Zielort angekommen seid. Check-In. Dann weiß er, ah, hier ist angekommen. Alles gut. Hier bei Airdrop gibt es auch was Neues. Zum einen eine kleine neue Animation. So sieht das nämlich aus, wenn man unter iOS 17 dann Airdrop-mäßig was empfängt. Dann kann man drauf tippen auch gleich und bekommt das dann entsprechend angezeigt. Und was auch neu ist, ihr könnt jetzt eure Kontakte per Airdrop teilen. Das ist eine prima Sache. Und zwar einfach nur so, indem ihr zwei iPhones mit iOS 17 natürlich dann nah aneinander haltet. Und dann werden die Kontaktdaten dann, die die man freigeben möchte, entsprechend dann rüber kopiert. Ihr seht schon mit den entsprechenden Bildchen und so alles. Finde ich, ist eine prima Sache. Übrigens Airdrop noch was richtig cooles. Airdrop kann man genauso machen. iPhones einfach dicht aneinander halten und dann beginnt Airdrop. Und noch besser, wenn ihr irgendwie eine größere Datei teilt und ihr wollt nicht ewig hier euer Telefon hinhalten, könnt ihr einfach weggehen. Ja, wenn Bluetooth nicht mehr ausreicht, wird einfach über das Internet das weitere Teilen dann vonstatten gebracht. Auch eine coole Sache. Dann muss man nicht ewig warten, sondern startet quasi den Airdrop-Vorgang und dann geht jeder wieder seiner Wege und das Ding läuft trotzdem weiter über die mobilen Daten oder was WLAN eben. Schauen wir uns mal die Widgets an, denn die sind jetzt interaktiv. Ihr seht hier das Musik-Widget und da steht auch schon Wiedergabe und da könnte ich jetzt einfach drauf tippen und dann fängt das an zu laufen. Noch mal drauf tippen und dann ist hier Pause angesagt. Das ist eine prima Sache. Genauso zum Beispiel hier in der Podcast-App. Auch hier kann man jetzt Play und Pause direkt auswählen. Das finde ich fein. Kann natürlich alles noch ausgebaut werden. Auch hier mit einer größeren Anzeige draufgeklickt oder auch hier mit euren To-Do-Listen. Dann könnt ihr zum Beispiel hier irgendwas aussuchen und dann abhaken. So, das wäre erledigt und es verschwindet dann auch. Irgendwann verschwindet es auf jeden Fall. Also interaktive Widgets. Das ist richtig cool. Das finde ich ist eine sinnvolle Erweiterung, denn die sind ja schon gut, aber müssten durchaus auch ein bisschen erweitert werden, damit sie noch nützlicher werden. Das ist aktuell nur hier in den Apple Widgets zu sehen. Ich glaube hier die Uhr und die Schrift haben sich auch etwas geändert. Ja, das Home Widget zum Beispiel, das bietet das auch noch, aber Trittanbieter können das bei ihren natürlich auch einbauen. Dürfte interessant werden. Da kommen bestimmt noch viele coole Anwendungen für. Gehen wir mal zur Gesundheit, zur Mental Health, also zur geistigen Gesundheit. Die könnt ihr euch jetzt hier irgendwie auch anschauen in der Health App und das geht irgendwo hier. Genau. Nutze Health bestmöglich. Emotionen und Stimmungen protokollieren. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Schauen wir mal. Los geht's. How you're feeling right now oder how you felt overall today. Also wie fühle ich mich gerade jetzt oder wie war so das Empfinden am ganzen Tag? Ich nehme einfach mal das hier weiter. Ach, okay. Dann kann ich hier bis sehr schlecht, zum Glück nicht, bis zu sehr, sehr gut machen und auch hier alles mittendrin. Ich würde mal sagen, heute war ganz angenehm. Nicht besonders, aber war ganz okay. So, dann kann ich hier, ach Gott, was ist denn das alles? Was beschreibt dieses Gefühl am besten? Glücklich, freudig, leidenschaftlich, mutig, ruhig, vergnügt, stolz, zufrieden. Okay, weiter. Ach du lieber Gott, das wird ja hier richtig abgefragt und dann kann man hier, ach, möchtest du Erinnerungen zum Protokollieren erhalten, dass man das jeden Tag macht? Ja, mag für den einen oder anderen eine coole Sache sein. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber hey, haben ist besser als brauchen. Auch Siri hat was Neues gelernt oder verlernt. Ihr könnt einstellen in den Einstellungen, dass Siri, ach, guckt mal hier, das Wallpaper ist endlich angekommen, das ich vorhin euch zeigen wollte. Na, dann können wir hier nochmal kurz schauen. Ihr könnt Widgets hinzufügen und dann auch hell und dunkel auswählen. So ist dunkel und so sieht es hell aus. Ja, ein bisschen spät, aber immerhin. Also ihr könnt bei Siri dann hier auch einstellen, dass ihr nicht mehr Hey Siri sagen müsst, sondern nur noch Siri, also ohne nur noch, nur Siri, so wie bei Amazons Sprachassistent und dann hört sie auf euch. Außerdem sehen wir in den Einstellungen hier einen ganz neuen Tab. Standby heißt der und das ist so was wie ein Nachttischmodus, würde ich das mal nennen. Der wird aktiviert, wenn euer Gerät im Querbildmodus ist und an den Strom angeschlossen ist und dann könnt ihr hier verschiedenste Dinge einstellen, wie Uhren, Bilder euch anschauen, Widgets hinterlegen und so weiter und so fort. Es gibt einen Nachtmodus, wo das Ganze dann auch in Rot eingefärbt wird, dass es euch nicht so blendet abends. Ich würde es euch gerne zeigen. Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Ich habe es ausprobiert, Strom angeschlossen, Querbild. Nö, nö, nö. Irgendwie will es bei mir nicht funktionieren. Vielleicht geht es bei der nächsten Beta. Dann zeige ich euch das gerne. Die Musik-App hat auch einen neuen Trick gelernt. SharePlay. Alle Personen im Auto können Musik wiedergeben und steuern sogar vom Rücksitz aus und Überblendung zwischen Titeln, fließende Übergänge zwischen Titeln sorgen dafür, dass die Musik nie endet. Jawohl, das ist neu. Gehen wir zum Punkt Datenschutz und Sicherheit. Auch hier habe ich was Neues gefunden und zwar hier das Warnung vor sensiblen Inhalten. Nacktaufnahmen werden erkannt, bevor sie auf deinem iPhone angezeigt werden. Also ich hoffe mal, dass damit die, ich sag mal, Dickpics vermieten werden können. Ich habe das ja selbst im Zug mal gehabt. Dann wollte mir echt jemand, der hat aber schon sich irgendwie Mr. Penis oder so genannt, was schicken. Ich kann mir denken, was drin war und das kann man jetzt hier eben aktivieren, dass dann schon mal vorher geschaut wird. Also von eurem iPhone ist da irgendwas zu sehen, was man vielleicht gar nicht sehen will und dann kommt es gar nicht erst an. Finde ich sehr gut. Praktisch. Ja, vor allem überlegt mal, wenn ihr das bei euren Kids irgendwie aktiviert, dann kann da kein Schweinkram ankommen. Ihr kennt das sicherlich. Wenn ihr euer iPhone hier nicht finden könnt, dann geht ihr gerne doch auch mal bestimmt auf eure Apple Watch und macht... Ah, spielt hier einen Ton ab und dann kann man es orten. Das brauchen wir relativ oft tatsächlich bei uns. Und das Ganze funktioniert mit iOS 17 jetzt auch umgekehrt. Also ihr könnt nicht nur mit der Apple Watch euer iPhone anpingen, sondern mit eurem iPhone die Apple Watch und das Ganze kann man dann hier über das Kontrollzentrum steuern. Finde ich auch eine praktische kleine Zusatzfunktion. Jetzt gehen wir noch mal in die Einstellungen in den Bereich Passwörter rein. Denn da gibt es auch eine echt praktische neue Funktion und zwar in den Passwortoptionen könnt ihr jetzt hier einstellen. Automatisch löschen. Ihr kennt das ja, wenn ihr euch anmelden müsst, ihr habt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ihr bekommt irgendeine Nachricht mit einem Code geschickt. Ja, dann wird das eingesetzt und dann muss man später immer da reingehen und den manuell löschen. Ja, und jetzt nach Verwendung löscht euer iPhone diese Sicherheitscodes einfach automatisch. Ist eine Kleinigkeit, aber praktisch. Ja, und das waren erstmal so die auffälligsten Neuerungen. Da steckt bestimmt noch viel mehr drin, was wir in den nächsten Videos alles erkunden werden und in den nächsten Wochen und Monaten. Aber natürlich habe ich last but not least den Geekbench laufen lassen. Schauen wir auch mal, wie sich hier iOS 17 so schlägt im Vergleich zu 16.6. Da haben wir es im Single-Core 1226 und im Multi-Core 1992. Und im Vergleich zur iOS 16 Beta sehen wir, uh, der Multi-Core, der ist nicht gut. Der ist richtig, richtig, richtig schlecht. Noch nicht mal 2000 und wir waren hier schon bei 3400. Richtig schlecht, aber es ist die Beta 1. Alles gut. Und auch der Single-Core, der ist relativ niedrig im Vergleich. Aber das ist völlig okay. Ich sage mal, zuerst muss das Ding mal stabil laufen. Ihr habt ja schon gesehen, die kleinen Crashes und Problemchen. Und dann kann man, bevor das dann rauskommt, sich um den Performance-Boost kümmern. So, der Compute-Benchmark, also der Metal-Score, der Grafik-Benchmark spuckt aus. 7204-Pünktchen. Und das waren vorher 7273 und sogar noch ein bisschen mehr zuvor. Auch da etwas weniger, aber jetzt nicht so ultra-dramatisch. Also, es ist schon mal soweit ganz interessant. Ich bin gespannt, was noch kommt. Es soll ja auch eine neue App geben, sowas wie eine Tagebuch-App. Die habe ich noch nicht finden können bei mir. Nee, wirklich nicht. Ich habe geschaut, keine neue Tagebuch-Apps hier zu finden. Aber eins nach dem anderen. Da wird sich eh noch so viel ändern. Wartet es mal ab. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war auf jeden Fall der erste grobe Überblick über iOS 17 Developer Beta 1. So, das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.